Das war mein Fehler, ich bin zu spät losgelaufen. Ich habe richtig gemerkt, es hat sich schon weggedreht, wo ich noch im Flug war, wenn ich zu spät losgelaufen bin. Doch, doch. Irgendwann lernt es es. Nein. Ich weiß nicht. Doch, doch, ich fliege noch. Bei mir auch. Oh, ich bin ja nicht im Loch gelandet. Oh, schade, ich bin jetzt hier oben. Ja. Ich habe alle Portale gesetzt, aber ich habe wieder das Loch minimal verfehlt. Ich muss es zentraler setzen, dann klappt es. Ja, so ein Scheiße. Das da unten, das Feld, das ist ja so ein Doppelfeld, ne? Und da kann man es versauen. Ich setze einfach und ziele drauf und drücke nach vorne, also dass ich reinlaufe quasi. Mehr mache ich eigentlich gar nicht. Ich laufe nach vorne und einfach rein irgendwie. Aber warum jetzt nicht 100%厉me ist das nur alles? Weil es gerade knifflig war? Aber weil ich ja abgeschürzt warst und weiß nicht, ob ich abbrechen kann. Jetzt aber. Ja, jetzt. Oh nein. Jetzt bin ich oben. Die ist nicht noch stehen. So ein Scheiß. Ich hasse es. Ja, das ist halt die Kunst, das gleichzeitig zu schaffen. So, jetzt haben wir es zweimal dieselbe Weise verkackt. Jetzt können wir beide immer auf dieselbe Weise schaffen. Scheiß dich. Läuft, komm. Ja, können wir auch. Ja, ja, ich auch. Ich seh dich, ich seh dich. Ich seh dich. Lässig. Ja. Ich spiel zur Seite. Und das hört dich auf, ja. Pfeile. Ich drück einfach Musik nach. Hier kommt irgendwann eine Treppe. Komm mal. Was geht denn jetzt ab? Na ja, egal.